Herzlich Willkommen zu The Simple Bible. Das heutige Thema, die Kuh im Hinduismus. Die Kuh erfährt im Hinduismus einen sehr hohen Stellenwert. Doch woher kommt dies? Diese und weitere Fragen werden wir euch heute beantworten. Erstmal, was ist überhaupt eine Kuh? Als Kuh bezeichnet man ein weibliches Hausrind, das bereits gekalbt hat, sprich bereits ein junges bekommen hat. Die Vorfahren des Hausrindes sind die Auerochsen. Bereits die ersten Menschen, welche begannen sich niederzulassen und Ackerbau zu betreiben, doministizierten die Kuh. Wie ihr seht, spielt die Kuh schon früh eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Menschheit. Doch welchen Stellenwert besitzt die Kuh im Hinduismus? Dies kann man auf zwei Ebenen erklären. Zum einen auf der mythologischen und rituellen Ebene, zum anderen auf der ökonomischen Ebene. Bereits in den Veden, den ältesten indischen Schriften, kommt die Kuh in Form der Muttergöttin Pritivimata als Verbildlichung der Erde vor. Sie tritt oft auch als Wunschkuh mit dem Namen Kamadenu auf, welche Wünsche erfüllen kann. Auch Krishna ist stark mit der Kuh verbunden, da er Kuhhirte ist. Auch beim täglich praktizierten Ritus Puja kommen Milchprodukte als Opfergaben zum Einsatz. So zum Beispiel die geklärte Butter, genannt Ghee, als Symbol für das Licht. Ebenfalls verwendet werden Milch und Joghurt bei dem traditionellen Ritus. In den Überlieferungen gelten sämtliche Kuhprodukte als besonders rein und sollen eine reinigende Wirkung aufweisen. Die Hindus der Gegenwart begründen die Stellung des Tieres damit, dass die Kuh wie eine Mutter sei, die den Menschen alles zum Leben gibt. Sie gilt als Symbol der Fürsorge und Lebenserhaltung. Auch ökonomisch gesehen sind Kühe in Indien von großer Bedeutung. Sowohl früher als auch heute in ländlichen Regionen hatte und hat die Kuh die Funktion des Erhalters, da das Überleben der Menschen erheblich von ihr abhängt. So liefert sie nicht nur Nahrung und Bekleidung, sondern auch wertvollen Dünger, Behausung, Medizin und Arbeitskraft. Für Millionen in Städten und Dörfern ist der Dung das wichtigste Brennmaterial für das tägliche Kochen. Zum Bau der Häuser ist er in den Dörfern unerlässlich. Die Produkte der Kuh werden außerdem auch in der rituellen Volksmedizin Ayurveda eingesetzt. In Indien laufen die Kühe frei auf den Straßen, da viele Bauern sie losschicken, um die Abfälle zu fressen. Sie dienen somit auch dem Gemeinwesen und erfüllen einen wichtigen Zweck. Ihr seht, Kühe sind in Indien von großer Bedeutung. Deshalb wurde gesetzlich festgehalten, wie sie zu behandeln sind. Sie werden in den verschiedenen Bundesstaaten Indiens verschieden ausgelegt. Ist in einigen das Schlachten der Tiere erlaubt, ist es in anderen auf Strafe verboten. So ist es im Bundesstaat Madhya Pradesh verboten, eine Kuh zu töten, ihr Fleisch zu besitzen, zu verarbeiten oder zu transportieren. Wer dabei erwischt wird, muss einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren und hohen Geldstrafen rechnen. So Leute, das war's für heute mit The Simple Bible. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Bis dann, ciao.